Jo, begrüßt euch zum nächsten Trailer. Ja, natürlich wieder mit Satiren, ganz klar. Diesmal garantiert eher weniger. Ja, eher weniger auch Erfreuliches natürlich. Also könnt ihr dann gerne gucken bei VK, bei BitChute. Die sich dem Trailer bei Wagnos TV aufrufen, müsst ihr ja. Link kopieren, Browserzeile ab damit. Jo, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.